Ich will nicht ready-getten. Ja. I don't like to get ready. I don't like to get ready. Ready. So. Das war schon mal keine so schlechte Ausweichaktion. Das war schon mal keine so schlechte Ausweichaktion. Hallo? Ach, wann ich den miterwische? Bei dieser riesen Explosion, oder? Warum? Nein. 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 Ja. Ja. Hier läuft nur noch einer rum. Das ist für mich angenehmer. Ja. 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 Da bin ich wieder. Wie man sieht. Sonst würde es ja hier auch gerade nicht weitergehen. Es nervt das ein bisschen, dass es zwei sind. Vor allem... Der hat mich diesmal nicht erwischt. Ähm, ja. Nicht allzu schlecht. Hui, 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 buuuu. Na, 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 na. Zum Glück kommt da ein Geräusch, dass die wechseln. Hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Und da haben wir schon wieder gewiselt. Aber der andere muss noch hoch. So, nein, 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 nein. Das war schon spät. Das habe ich auch gemerkt. Und ich glaube, mein Mikro ist schon wieder zu weit weg. Ich muss mal ein bisschen lauter sprechen. Was? Ach. Ja. Geparden. Oder so. Hm. Hm. Jetzt haben sie schon wieder gewechselt und ich habe natürlich wieder Schaden bekommen. Die Hintergrundmelodie für diesen Kampf gibt es mittlerweile auch schon noch. Keks. Keks. Apropos Keks. Ich könnte mal wieder welche essen. Ähm. Und ich frage mich gerade, wie lange das hier noch dauert und beim nächsten Schaden bin ich definitiv. Die. auch. Jetzt bin ich beim nächsten Schaden allerdings weg. So langsam darf auch immer was passieren. ... passieren! Imbisschen früher,δαf ich,gena. ... hab' ich beinahe noch auf ihn reingesprungen, Snoop! Auf ihn rein, ich spiele! Hilfe! Der ist jetzt besiegt! Boah. Ich freu mich gerade. Ich freu mich. Besiegt! Alter! Ja! Und auf einmal ist ein Tau in der Luft. Oh! Oh! Kopan-Tempel.